Ich bin der OK-Chef vom Rosengarten Schlern Sky Marathon. Wir sind ein achtköpfiges OK-Team, die diesen Trail Running organisieren. Für uns ist das eine große Herausforderung, da wir sich im hochalpinen Gelände bewegen und da zahlreiche Freiwegehelfer benötigt werden. Uns unterstützt auch die Bergrettung Tiers Weltschenofen und Seis für einen sicheren Ablauf unseres Rennens. Für mich als Rennleiter, auch Hokati-Chef und Rennleiter, ist es eine große Erleichterung, wenn die Läufer gesund ins Ziel kämen und zum Teil mit Tränen in den Augen nach Hause gehen. Der Sky Marathon ist ein sehr wichtiges Event für die Stadt Tiersal-Katinaccio, in Dolomiti. Wir sind ein kleiner Land mit nur 1.000 Mitgliedern und wir sind stolz, und können uns ein Einzelfs-Bilderung, in der es zu sein, wo die Leute aus der anderen Seite sehen, können uns die schöne Dinge vermitteln, die wir uns vorstellen können. Mit DINAPIT mit DINAPIT wir die Persönung für die montagne, für unsere Landwirtschaft und der Trail Running, und wir sind sehr glücklich mit ihnen mit ihnen zusammenfassieren, und zu organisieren ein solches Event dieser Art. Vielen Dank.